Ja, alles klar. So, 14er Neo, die dritte. Nach 20 Minuten ein bisschen warm geworden. Der Wind ist ein bisschen aufgefrischt. Wir haben es wahnsinnig sieben bis acht Knoten. Und ja, ich würde sagen, schaut es euch einfach an. Silvester 2010, letzte Möglichkeit bei 3 Grad plus. Okay, Schatz, alles klar? Ich würde gerne sein. Ich würde sagen. Ich würde sagen. Ich würde sagen.